Ja, hey meine Nerds. Willkommen zurück zu Resident Evil 2 Remake. Ja, wir haben es endlich geschafft. Wir haben die geheime Tür geöffnet. Mit den drei Medaillons. Und ich würde sagen, wir gucken mal, wie es weitergeht. Ein Aufzug. Ich mag Aufzüge. Nicht. Ach, yo, yo, yo. Ich muss mal Deck umrüsten. So. Ja, dafür brauchen wir die Polizeimarke, ne? Die kriegen wir ja erst später. Okay, dann wollen wir mal weiter. Also, finde ich jetzt blöd. Ach ja. Genau. Wollen wir hier noch was? Natürlich nicht. Puh, wollen wir mal loslegen. Können wir mal einen Schluck Kaffee trinken. Oh, hallo? Hey. Ist okay? Ich tu dir nichts, versprochen. Kann ich dir helfen? Hier, nimm doch meine Hand. Du brauchst Hilfe. Es tut mir leid. Ich kann dich nicht verstehen. Du brauchst Hilfe. Wieso? Er ist genau hinter dir. Was? Oh mein Gott. Das glaube ich einfach nicht. Ich habe jetzt auch noch was daneben geschossen. Ich habe jetzt auch noch was daneben geschossen. Ich helfe dir. Komm her, brennender Haufen. Irgendwo war da noch was, oder nicht? Ja, super. Sag das so. Komm hier, kommen wir noch. Komm hier raus. Weiter. Nachladen. Laufen. Komm drehen. Weiter laufen. Weiter laufen. Warum kommt der jetzt auf einmal von da? Ja, damit kann ich leben. Einschlag kann ich leben. Ja. Komm. Komm, lad schnell danach. Woher kommt der jetzt? So. Komm. ich tu doch nix, ich will nur spielen ich kann in dieser Klasse drauf, kann das sein wo bist du? oh Mist, wo ist er? kommt jetzt garantiert aus dem Nebel wo bist du? ja ich wusste doch die Zähne kenne ich aber auch noch nicht ich bin doch dabei dir zu helfen ja was soll das denn? das kann echt nicht wahr sein wird schneller now ja Glück gehabt oh kacke kacke trifft ist wirklich hey kleine es ist vorbei alles okay ganz sicher? ja versprochen alles ist gut du musst nur die Leiter für mich runterlassen suchst du mit mir meine Mom? deine Mom ist hier unten? ich denke schon ich hoffe es ja na klar ich helfe dir jetzt 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 gucken wir uns erstmal hier im Ruhr um Map noch die Kräuter aber die nehmen wir mal mit ja ja das ist das was ich gerade eben gebraucht hätte so so gucken wir uns mal eben weiter um hier war das rote Kraut das nehmen wir mal zurück da war nichts mehr da ist die Leiter da ist die Leiter da ist auch nichts mehr hier ist auch nichts mehr so nennen wir nochmal direkt eins okay wir haben voller Energie geil lieber 1 zu 4 als zu wenig hallo lauf doch einmal da lang wo ich sagte du lang laufen sollst so hier ist nichts mehr also können wir die Leiter hoch so hier lang ja gleich lass mich erstmal bitte hier noch ein bisschen umgucken na guck mal da kommen wir nebenbei die beiden Dreieck hier haben wir nichts mehr gut dann gehen wir mal weiter ich komme okay er bewegt sich nicht so ja war ja auch einfach nur ein Hebel umlegen das hättest du geschafft der Mann so sie arbeitet bei Umbrella sie arbeitet an einer wichtigen neuen Nationalen Umbrella das äh riesige Hammer Mom arbeitet ständig ich sehe sie nicht so oft äh hoffentlich siehst du sie schon bald wieder und wo ist dein Dad er arbeitet mit meiner Mom aber sehr schön noch mehr Platz er ist weg der Platz können wir mal so lange verstauen den verstauen wir auch mal den verstauen wir auch mal so so ne das gefällt mir nicht so so erzähl mal gleich weiter wir speichern erstmal so und so und dann mal hoch hier komm schon da drüben ja mach mal langsam die hitzt mir zu sehr ach verdammt geht nicht ohne Karte komm schon hilf doch mal und es geht sicher hier lang so bin ich mit Mom letztes Mal gegangen Jerry ich habe überall nach dir gesucht auf den Boden Hände hinter den Kopf das meinen sie nicht ernst auf den Boden jetzt auf den Boden jetzt oder sie ist tot was soll dieser Mist Kindswohlbeferdung fürs Erste Jerry komm her was wollen sie mit ihr ich will dich überhaupt nichts an wenn sie ihr will ich schwöre ich hole meinen Bruder von Stachs und wir nicht wie heißt du wie heißt du verdammt Claire kommst jetzt mit mir oder sagst du dir wohl zu Claire Okay, okay, ich geh. Sie bringen mich besser zu meiner Mom. Natürlich. Hör nicht auf ihn, er lügt dich an. Stopp, hören Sie auf, bitte. Du erklärst mir nicht meinen Job. Stopp, lass mich los, lass mich los. Offensichtlich müssen wir der erste Mann hier in der Welt. Oh ja, das wäre... Lass mich los, lass mich los. Ich krieg nicht, du Arschloch. Sei vorsichtig, Sherry. So, dann haben wir den da jetzt Schönes. Okay. Erst die Karte. Und... Zusammen bekommt das Arschloch, was er verdient. Okay. So, wo gehen wir jetzt zuerst hin? Hier dann? Der Typ kam bestimmt von hier. Mhm, mhm, mhm. Der, Miss Kell, ist der Polizeichef? Wie ist der Herzschlüssel? Expresstück zum Chefbüro. Unbefügte ist nur die Karte verboten. Okay. Wie kommen wir hier nicht rein? Okay, dann die andere Tür. Ach, jo. Map. Stichstand, da gehen wir jetzt mal zuerst hin. Da müssen wir eh gleich durch den Swinger... Müssen wir für den Einsatzwagen verborgen. Wir brauchen das Schlüssel mit dem paar Tasten. Wollen wir hin? So, eben... Nee, komm. Geh nochmal kurz zurück. Dann muss ich direkt eben machen. Der hier nämlich. Ja, was haben wir hier Schönes? Ja, wunderbar. Endlich mal eine vernünftige Knarre. So. Jetzt können wir weitermachen. Hier war ja zu. So, machen wir jetzt erstmal den Schießstand. So. So, hier kommt man zum Schießstand. Herzschlüssel. Wer war hier ordentlich? Äh, das hatten wir ja schon. So. Jetzt ganz leise. Ja, ich hab dich gesehen. So. Ganz leise jetzt. Nein, nein. Du siehst mich nicht. Du hörst mich nicht. Ganz vorsichtig weitergehen. Ganz vorsichtig. Jetzt sind wir durchgekommen. So. Eben gucken. Weiche Taste. Map. Genau, zur Leichenhalle müssen wir einmal. So. Autopsiebericht. 53477. Name des Verstorbenen. Justin Hansen. Männlich. Weiß. 39 Jahre alt. Beobachtung von Personen. Personaltod im Bett seines Gefängnisses. Der aufgefundenen Hände. Aufgrund von Leichenstacher zusammengeballt. Sollte bald nachlassen. Wirst scheinlich nach Lösung des Lichts verstorben. Lösung des Lichts verstorben. Okay. Der Verstorbene war ein Kloptomane. Er hat mehrmals in Haft gesaß. Unglaublicherweise klaute er sogar im Gefängnis weiter. Wobei das nur seine Klinische... Ja, nur seine Klin... Ja, ja. Nein. Guck sie jetzt mal bitte. Äh, echt jetzt? Musst du den komplett rausziehen, um zu gucken? Hammer. Wat'n Bullshit. Ja, sehr schön. Boah, alter Falter. Du gehst mir auf, die Nerven. Echt jetzt? Boah, wie viel hält der aus? Mein Gott. Oh Gott. Nerviges Etwas. Gucken. Nein. Machen wir wieder zu. Irgendwo war da noch was. Nö. Nö. Egal. Was würde ist jetzt... Wir müssen jetzt durch dieselbe Tür nochmal. Ah, ätzend. So, hoffentlich schaffen wir das jetzt. Leise. Ja, der steht genau an der Treppe. So, ich bin daran vorbeikommen. Klettern wir da oben lang. Beide an der Wand auch noch. Nein, nein, nein. Bleibt weg von mir. Oh. Wart, wo kommt der denn her? Frisch Granate. Mach die Kacktüre auf. Geht durch die Kacktüre. Geht durch die Kacktüre. Oh Gott. Weil ja wissen die, dass ich hier drin bin. Ja, genau. Jetzt wissen sie es erst recht. Na, ausgerechnet du, weißt du. Nicht, aber ich nehme das jetzt mal mit. Hier müsste eigentlich noch eine sein, oder nicht? Ja. Ich wusste es. Gottverdammt. So, wo ist die Map? Na, hier kann ich ja nichts mehr großartig machen. So. Jetzt müssen wir wieder zurück. Warten. Ich leg mal lieber Energie neben. Komm, 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 komm. Puh. So. Einmal nachladen. Haben wir heute ja irgendwie geschafft. So. Macht das mal. Hoffentlich funktioniert der Aufzug auch. Ja, sehr schön. Mal direkt kombinieren. Ja, ich nehme die zwar zwei Plätze weg, aber egal. So, kein grünes Kraut hier. Mist. Aber hoffentlich ist jetzt hier auch ein Speicherraum noch. So. So. Rekombinieren. So, haben wir erstmal wieder Energie. Ja, da haben wir eine. Endlich. Ja, Leute. Ich würde mal sagen, für heute machen wir Schluss. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Morgen gibt es dann eine neue Folge von Resident Evil 2. Über ein Like und ein Abo werde ich mich wie immer freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 . Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020